Mein Name ist Frank Trepke. Ich bin Soldat in der 7. Kompanie des Fachbataillons in Berlin. Ich sehe meine Aufgabe darin, die Kunst und das präzise Handwerk mit meinem Gewehr, dem Karabiner, zu präsentieren. Bei uns gibt es kein Ich, bei uns gibt es nur ein Wir. Es erfüllt mich mit Stolz, zusammen mit meinen Kameraden den Kron auf die Sekunde genau zu arbeiten. Ich diene Deutschland, weil wir eine Einheit sind und stolz auf jeden Einzelnen von uns. Man wird nicht von heute auf morgen ein Protokollsoldat. Man muss es sich verdienen. Meine Kameraden und ich haben es uns verdient. Wir dienen Deutschland! Wir dienen Deutschland!